Alright Leute, Rank Matches gehen weiter. Wenn ihr euch fragt, was für eine krasse, freshe Brille ich hab, auf Muten Roshi angelehnt, Leute. Wir haben Muten, Super Vegetto und Dragon Ball Super Goku im Team. Find auch schnell Lobbys. Let's go. Der hat schon krasse Kombus kauf. Ey, der kann doch nicht hier seinen Sensei schlagen. Kriegst du es? Komm schon. No. Der verwandelt sich zum Blue direkt. Okay, das wird schwierig. Zu lange gewartet. Ah, nee, ha. Ja, da ist ja abgeblockt. Den Aufwand können wir nicht lassen. Was? Komm schon, das muss aber connecten. Nice. Richtig. Nice. Goku haben wir geklappt mit Muten. Mal gucken, was für Chassel noch hat. Goku lag, okay. Let's go. Warum trifft es nicht? Was geht jetzt auch? Oh, starke Graf. Digga, was geht jetzt mit einfach random graben und es trifft einfach ständig. Das sollten wir haben. Muten halt powerful, Junge. Power-Maschine-Muten. Der verwandelt ein Rosé, das wird ihm aber da nichts bringen. Komm schon. Jawohl, wichtig, Alter. Du siehst ja auch rausgepackt. Junge, Solo-Maten. Mit Muten. Solo. Solo-Muten-Muten. Ich seh nicht. Shit, wir haben was abbekommen. Digga, ich bin reingeflogen, Idiot. No. GG, wir hatten dreams. Digga, diese Graf. Bei ihm sind krass. Oh, shit. Das tut weh. Ich hab's reflektiert. Warum? Warum sehe ich mich? Ich hab's reflektiert. Warum? Warum sehe ich mich? Shit. Ich hab's getroffen. Der verwandelt sich. Auch in Glue. Choken, Digga. Ich bin am Choken. Was mach ich? Was mach ich? Warum krieg ich die Brille wegen UV-Strahlen? Blaulichtfilterbrille. Plus. Muten-Roshi-Cosplay. GG. Erste Runde haben wir geholt. So kann Rank weiterlaufen. Oh, wieder Goku Black. Rank ist halt Goku Black mega beliebt. Aber ich glaub auch nur so auf D und C-Platzierung. Ich glaub, top tier wird wahrscheinlich nicht so viel Goku Black gezockt, oder? Let's go, Muten-Roshi-Action. Und wieder wegzall? Einen nós sie uns das in der Hand環ない�ed. Um beendet mitzunehmen in den imaginar. Du hast cima und dich fortalgt. Bands pioneier aus. dean, 나가 vorher, elmas Hand mitzunehmen. Dann come auf jeden Tag zu schślę. Und ich bin eine chronicene Brille. Und ich bin ein bisphmentaler, und ich bin eine mommy, Und ich bin lieber das chart mitzune in den Buren. Plus. Aber wenn wir vacunieren können, logri actively haben Аnders倒 sein. Und ich habe das borr31 mit dem Boden. 져 dranja-Mu hand. Er verwandelt sich in Rosé. Er macht halt, der spammt halt krass im Konfer. Schade, muss ich noch machen, Digga. Der spammt halt ständig den Konfer. Mal gucken, ob es trifft. Nein, wieso nicht? Also, Kunst kommt, ob es auf den Kussig ist. Die Kussig also hat es wieder ins Gefühl, in der Kussig ist nicht außerirdisch. Dann schaden Sie, wenn sie die Kussig ist. Da ist es ein Stück alt, das Kussig ist, nicht verletzter. Die Kussig ist relativ glücklich, als Sie, wenn man sie die Kussig ist. ich mache mit der grappe ja kein schaden obwohl sie gehen sollen und schon kommt durch jawohl richtig gut macht guten job schade wir können danach blocken so jetzt hat er noch ein charakter gt goku auch schwierig wenn er sich in vierfachen verwandelt oder Oh nice Okay Let's go Ja GG haben wir Patz Ne es geht schon besser Leute ich bin über jede Tipps dankbar Ich denke mir halt es ist zu monoton Ich würde halt echt mehr Key attacken und so Aber ich habe einfach nicht genug Key um was geiles rauszudonnern So Ich bin froh wenn ich Schaden drücke und halt keinen kassier Ich merke halt beim öffnen dass ich mehr Also ich spiele ja mit der Standardsteuerung mehr R1 Nutzen kann Variation um ein bisschen seitlicher zu kommen oder von hinten Ich habe Drang Ball noch nie gesehen weil ich einfach ein One Piece Kind bin Und immer noch aktuell bin kann ich das Game trotzdem koppeln Save Digga save Vor allem als One Piece Kind wirst du Drang Ball lieben Alter Kippo gegen Mutten ist auch eine Herausforderung Oh ich drücke immer Kreis aus Gewohnheit man Stark also er hat es schon eher drauf gemerkt Ich finde die Kippo kreis Was muss ich da drücken ich check es nicht Er greift mich einfach während ich angreift wie geht es Warum sehe ich nicht mehr Hä Der irgendein Mut macht deine Augen auf Nooo Ey den Clash muss ich mir echt mal genauer angucken Ah er hat Keith dafür verbraucht Nichts aber jetzt habe ich Kippo auch So wen hat er noch? Goku Guck aber warum funktioniert der zweite Hit nicht? Die coupon ist entspannt Ich habe viel Schaden da empty Ich habe viel Schaden da liegen Er hatなく Ich habe viel Schaden energetischen Ich habe viel Schaden da hinten wichtig ich choke so mit den kombos mann das nervt nicht stark wo choke ich? mann schwierig aber was mache ich falsch was ist mit meiner key anzeige digga was ist mit meinem key digga es ist total verpackt ich sehe nicht wie viel key ich habe ich habe hier zweimal zu viel getrippt das ist ja richtig kacke dass ich mir key muss gehen ja 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 Hey man, lass mich doch erwachen, dicker. Scheiße, jetzt sehe ich mein Key, stark, die es öffnet. Nein. Was? Digga, das gibt es nicht, mein Sparky-Mode ist so dumm gewastet, Mann. Oh Mann, wie close. Guck mal, ich habe mich hinterhin geportet, ich aktiviere Viereck und er haut einfach an ihm vorbei. Und dann ist er rausgekommen. Hätte ich ihn mit einer Viereck-Kombo von hinten, hätte ich dann noch die Ulti. Hätte, hätte, hätte Revanche, Alter, aber starker Gegner, Mann.